1, 2, 3, step 1, step 2, step 3, step 2, step 2 Ich bin aufgeschlossen für alles, sehr lernwillig, ich bin teamfähig Bin ich, was kann ich, wo geht es für mich lang? Ist mein langer Weg, mein Ziel oder zähl ich auf meinen Untergang? Gehe ich ständig nur im Kreis oder breche ich jemals aus? Wer weiß, wer weiß Ich kann, also ich kann mit Computern gut umgehen, ich kann konfigurieren Industrie, Scheine, Kau oder so Ausbildung bei Starbucks als Fachbrauch für Systemgastronomie Vielleicht mal Ausbildung im IT-Bereich Ich kann gut malen, zeichnen, tanzen, singen Ich will auch so Einzelhandelskauffrau werden Also jetzt als Verkäufer, ihr meint's dann? Ich kann gut mit Kindern umgehen Wo es für mich lang geht, für mich geht es lang im kaufwendischen Bereich Deinem Zukunft, aus Nächsten Nivellen Mach den ersten Schritt in Richtung Zukunft, vom perfekten Glas Aus wenn wir leben lassen, von wegen jeder Ressort Bring mich in das nächste Leben, bring mich in das nächste Leben ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe es geschafft, ich habe eine Ausbildung.